Kommt weiter, wir brauchen die Punkte, das ist ganz wichtig. Gas geben. Okay, Salah. Leo. Mhm. Jetzt. Ja, schade. Wieder. Auf die Taktik. Zurück. Ja, guck mal. Ja, ja, ja. Du hast die Soundmaschinen hier. Nummer 8. Nummer 8. Kann man schauen? Ja. Ja. Ja, oh, oh, Minus. Jetzt ist der Blut gelegt, der Mario. Weiter geht's. Fallen lassen. Fallen. Ja! Wadding! Wadding! Nein! Schade. Passt schon. Komm mal. Kommt, Jux, unsere Halbzeit, komm. Lagerball vor sich vielleicht. Jeder hat einen. Ich hab 4 und 3 Fäger. Warte, 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 so lange ich... Schäfte, wenn nicht geht. Außen. Und, Lajo? Bist du alleine? Ja, schade. Scheiße, scheiße Schiff. Richtig. Lario? Jetzt doch nicht, ey. Guuuut! Pass auf! Ja. Boah! Ja, ich bin der! Oh! Ja! Oh! Schöner Pass. Tag gemacht. Jungs Weiter Ja, bist du defensiv? Egal, weiter Leo Geh du, bleib du mit her Geh die Weiter, komm Das gibt's nicht Aufwachen jetzt, komm Und Durch Mitte Ja, wichtig Wichtig Start, Mario Wichtiges Toilio, super Bist du klar? Du klar? Ja Nein Schade Komm her Start Wow Schöner Ball Was war das für Pass Das war die Hüte Du weißt Aber Schüss Weg sehr gut ganz gut Das ist gut. This Nomara is on fire! Hehehe Der Kerl... Super live an heute. Ich bin stolz auf dich. Diese Scheiße! Die Qualität hat sich durchgeblieben. Ich bin ruhig geblieben. Nee. Ich kotze aber dazu, dass das eigene Gegentor an... Naja, da konntest du doch gar nix. Konntest du ja gar nix machen? Nein. Doch, wenn ich... Ich hab, wenn die falsch... Ich hab ihn nach links gestickt, aber er hat an die rechte Seite geschossen. Das ist so ne Sache. Wenn ich dich richtig gestickt, dann hätt ich ihn gehabt. Du hast ne Flasche, ey. Was ne Flasche? Wieder am Mittwocher, wenn du ein Spiel, NGL, und wir werden einige Leute auch testen. Und wenn er so ein bisschen verbinden müssen. Kann es nicht nächste Woche sein? Was? Nächste Woche kann ich so ne so ne so nicht, weil ich Weihnachtsfeier hab mit ner... Die ganze Woche, Jutta... Wir testen kein Torwart? Nein, Mittwoch mein' ich. Aber wir haben auch ein Spiel am Mittwoch. NGL-Spiel. Ich muss für ne Weihnachtsfeier absagen. Zum Glück hab ich dann was sagen. Ich hab dir ehrlich gesagt, ich hab mir nicht mal Bock dahin zu... Tschau. Ich will ja nicht mal zu dieser Weihnachtsfeier, ne. Das ist ne Sundensache. Boah, Junge, dieser Rico 91% passt bitte. Boah, das ist so stark. Letztlich war ich 66, weil ich in der zweiten Halbzeit nur 2x Baller hatte. Ne, das war nur die EAM-Liga-Spiele, die mir gezeigt. Entschuldigung. So. Antrie 100%? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Oh. Haha, hake weh. Hakebe. Hakebe.